Achtung! Hochheben, jawoll! Du sollst das hinlegen und dann da rüber. Wieso ist das falsch dran bei mir? Ja, weil es falsch dran bei dir. Das ist mit meinem Haus. Jetzt mal aus. Greif mal hier rüber. Auf der Seite. Also bei dir gegenüber. Ah! So eine schöne gerade Linie. Gut, die nimmst drüber. Die Ecke oder wo? Bravo! 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 Bravo!